Für einen Selbstversorgergarten kann ich euch Topi Nambur nur empfehlen. Ein wahrhaft dankbares, sehr gesundes und richtig interessantes Gemüse, die Indianerkartoffel. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Gut für die Selbstversorgung, pflegeleicht, vermehrt sich von selber. Quares, das ist ja Weibelgemüse sozusagen. Hier ist noch viel mehr am Boden. Absolute Wahnsinn. Willkommen zurück im Garten, ihr Lieben. Ich bin gerade dabei, mal zu schauen, was bei dem Topi Nambur los ist. Ich habe nämlich den Eindruck, dass da wieder die Wühlmäuse dran sind, weil der so traurig aussieht. Als hätte der viel zu wenig Wasser. Und ich weiß aber, dass hier ringsherum der lämische Boden das Wasser ganz gut hält und auch hier. Deswegen habe ich jetzt mal mit der Grabegabel hier reingestochen und bin total überrascht. Die Überraschung rührt daher, dass der wahnsinnig gut aussieht. Riesengroße Topi Nambur Knollen hier auch gebildet hat. Und auch unter der Erde mangelt es überhaupt nicht an Feuchtigkeit. Und da sind noch richtig schöne große Knollen drin. Beim Topi Nambur sollte man auf jeden Fall aufpassen. Der vermehrt sich sehr gut, schiebt sich immer weiter so, bildet neue Knollen und kann so auch schnell große Flächen einnehmen. Den sollte man also gut im Zaum halten. Ich habe noch nicht versucht, wie sich der Kübelanbau macht beim Topi Nambur. Ich habe den jetzt einfach hier auf so einer Ecke und bisher hat er sich ganz gut im Zaum halten lassen. Ich habe den hier so auf einem Quadratmeter. Und wenn ich sehe, was hier schon an einer Pflanze, die mir eben ein bisschen im Weg stand, so dranhängt. Okay, das wäre ich erstmal händelbarer, jetzt auf dem Weg zu zehren und dann schauen wir mal, was das hier so bringt. Hier ist noch viel mehr am Boden. Absolute Wahnsinn, die Pflanze. Ja, es wird ja auch schwer fallen, immer alle Knollen rauszukriegen. Aber hier ist auch nichts angenagt, soweit ich das jetzt hier beurteilen kann. Wir schauen mal noch an die hier. Ja, wie ist das? Wahnsinn, oder? Irgendwie ist alles riesig diese Saison. Die rotblühenden Prunkbohnen, die können noch eine Weile ausreifen. Die werden auch noch viel dunkler. Da habe ich jetzt mal eine so eine Schote geschält. Das ist schon der Wahnsinn, wie fett die sind. Also das Saatgut vom letzten Jahr, was ich habe. Entweder waren die da getrocknet, nochmal geschrumpft oder bei weitem nicht so groß geworden. Können wir uns fast von den zwei Quadratmetern hier sehr gut ernähren. Der lässt sich auch gut eine Weile im Keller lagern. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Da weiß ich auch, dass die Kollegen und Freunde und Nachbarn gern wieder was abholen können. Hier am Boden ist natürlich auch noch jede Menge drin. Deswegen habe ich keine Sorgen, dass hier nicht nächstes Jahr alles wieder genauso von selber wächst. So wie das auch nach der letzten Ernte war, weil man kriegt einfach gar nicht alles raus. Und dem Topinambur wird auch nachgesagt, dass wenn da hier ein kleines Stück drin bleibt, ja, dann kommt da sehr zuverlässig wieder. Quares Survival-Gemüse sozusagen. Gut für die Selbstversorgung. Pflegeleicht, vermehrt sich von selber. Und hier unten sehe ich schon, dass hier noch wahnsinnig viel Material im Boden ist von dem Topinambur. Also ich glaube, wenn ich hier noch ein bisschen suchen gehe, dann kommt ja nochmal so viel zusammen, wie ich vermutlich gerade schon aus der Erde gezogen habe. Fange ich mal an, Kisten zu holen. Und die haben echt Megameter gemacht hier. Dreieinhalb Meter auf jeden Fall. Bis zur Spitze. Und einige stehen jetzt auch noch da. Ich denke, da kann man sich jederzeit, wenn Bedarf ist, frisch noch was aus der Erde holen. Auch die Stelle, wo ich die beiden jetzt rausgeholt habe, da ist noch jede Menge Topinambur-Knollen drin. Erstmal einlagern, bisschen trocknen lassen. Dann fällt der Dreck fast von selber ab. Dafür, dass man nicht viel tun muss für den Topinambur, ist das ein Wahnsinns-Gemüse für den Selbstversorgergarten. Was hier so zusammenkommt, alleine von diesem kleinen Fleck, wo ich jetzt die zwei Pflanzen rausgezogen habe, wunderschöne Topinambur-Knollen, die werde ich jetzt hier so ein bisschen auseinanderbrechen und dann noch in den Kisten hier trocknen lassen. Und dann kann man die richtig gut lagern. Im Keller zum Beispiel. Und dann kann man sich jederzeit bedienen. Natürlich auch frisch von denen, die jetzt noch in der Erde sind. Ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal das ganze Grünzeug verschneiden. Das kann dann gleich, gleich das neue Hochbeet als Füllmaterial mit rein. Nix dran. Wunderbar. Ich dachte, hier ist die Büllmaus aktiv. Aber nein. Richtig, richtig schön. Der Topinambur ist winterhart, vermehrt sich von selber, braucht kaum Pflege. Wird auch Indianerkartoffel genannt und so kann man ihn auch verwenden. Man sollte mit kleinen Mengen testen, wie gut man ihn verträgt. Das kann ganz unterschiedlich sein. Auf jeden Fall ist der gesund und lecker und ein wahres Survival-Gemüse. Eine gute Survival-Knolle, der Topinambur. Das hört auch überhaupt nicht auf hier. Kommt immer mehr zum Vorschein. Den kann man einfach mit einer Bürste gut abputzen. Und dann direkt auch mit der Schale verwenden, weil die nicht so dick ist und auch nicht zäh. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und das war bei Weitem noch nicht alles, was ich hier gerade rausgeholt habe. Also dafür, dass das jetzt ein Bruchteil dessen ist, was ich hier noch rausholen kann unter den zwei Pflanzen, lässt sich das doch absolut sehen. Ich hatte keine Arbeit damit. Er hat sich selber vermehrt. Und jetzt kann ich mir auch den ganzen Winter über diese tollen Topinamburk-Schnolle holen. Und die hier werde ich teilen mit den Nachbarn, Freunden und Kollegen. Ich bin gerade noch dabei, ein paar Pflanzen für den Winter zu retten beziehungsweise auch für die kalte Jahreszeit gut nutzbar zu machen. Dazu gehört der Basilikum. Da habe ich jetzt ein paar Pflanzen ausgegraben und in Töpfe gepflanzt, ordentlich zurückgeschnitten. Die kommen dann auch, wenn die Temperaturen hier nachts empfindlich werden, für die Pflanzen mit nach drin. Und ich wollte eigentlich ein eigenes Video dazu machen. Aber das hat der Sascha von Selfbio sehr viel besser hingekriegt, als es mir gelingen könnte. Deswegen findet ihr auch den Link zu dem Video, wie man Basilikum gut überwintern und vermehren kann, unten in der Videobeschreibung.